Abstimmungserfolg für US-Präsident Barack Obama. Mit zwei Drittel Mehrheit ratifiziert der Senat sein außenpolitisches Kernvorhaben, einen neuen Abrüstungsvertrag mit Russland. Auch oppositionelle Republikaner schließen sich den Demokraten an. Dieses starke Votum sendet eine kraftvolle Botschaft an die Welt, dass Republikaner und Demokraten für die Sicherheit zusammenstehen. Auf seiner politischen Agenda hat Obama in diesem Jahr einige Punkte abgehakt. Doch den Wählern reicht das nicht. Bei der Kongresswahl Anfang November strafen sie Obamas Demokraten ab. In den letzten beiden Jahren haben wir Fortschritte erzielt. Offensichtlich spüren zu viele Amerikaner diesen Fortschritt noch nicht. Als Präsident übernehme ich dafür die Verantwortung. So manches Wahlversprechen kann Obama erfüllen. Millionen bislang unversicherte Bürger bekommen eine Krankenversicherung. Der Bann von offen homosexuellen Soldaten wird abgeschafft. Der Plan zum Abzug der US-Truppen aus dem Irak und aus Afghanistan steht. Und nun der Abrüstungsvertrag mit Russland. Doch das drängendste Problem wartet noch auf eine Lösung, die Arbeitslosigkeit. Fast jeder zehnte Amerikaner ist ohne Job. Die Menschen sind frustriert und wütend und in Sorge um ihre Zukunft. Mit den steigenden Arbeitslosenzahlen sinken Obamas Popularitätswerte. Nicht einmal jeder zweite ist mit seiner Amtsführung zufrieden. Der Wahlspruch Yes, we can hat Obama ins Weiße Haus gebracht. Inzwischen ist die Euphorie verflogen. Obama und alle politischen Führer werden immer an den Erwartungen gemessen, die sie wecken. Die Erwartungen an ihn waren im Inland wie im Ausland so groß, dass er sie nur sehr schwer erfüllen kann. Wenn die Republikaner im Januar die Kontrolle im Repräsentantenhaus übernehmen, muss sich Obama auf noch mehr Kompromisse einstellen. Ein neues Steuergesetz soll die Wirtschaft ankurbeln. Es ist ein gutes Abkommen für die Amerikaner. Das ist Fortschritt und genau das wollen wir erreichen. Die US-Bürger werden ihren Präsidenten künftig vor allem an der Wirtschaft messen. Vor den anstehenden Aufgaben will er in den Weihnachtsferien neue Energie tanken. Merry Christmas, Happy Holidays, Happy New Year. See you in 2011. Michelob tons. Danke. que Treck –